ARD Text im Auftrag von Funk Aje! 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 Wir haben da Maschinen sauber gemacht und eingeputzt. Ja, ist ja voll in Ordnung, ich habe ja nichts dagegen, das Problem allerdings war nur, wenn er mich angerufen hat, dann hat er mich immer angerufen, bin ich ja. Ja, Hallo! Hallo, Fuhrad. Töni! Was für Töni, Alter! Töni! Hallo, Töni! Du kommst an Arbeit, Mergen. Tschüss. Ja, Alter, um wieviel Uhr? Du musst dich wieder anrufen. Fuhrad. Töni? Um wieviel Uhr? Ja, um wieviel Uhr holst du mich ab? Ich, äh, nix wissen jetzt. Was machst du da? Kümmere dich um eigene Dinge, Arschlöcher. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.